Im Liegen lauschte Kiene, ob wilde Tiere in der Dunkelheit herumliefen. Sie konnte keine hören, abgesehen von ein paar Krähen. Aber nur die Götter wussten, was sich hier draußen im dichtesten Wald herumtrieb. Ganz bestimmt Bären. Wie hörte sich eigentlich ein Bär an? Und was war mit bissigen Elchen, die mit ihrem Geweih Bäume ausreißen konnten? Ganz zu schweigen von Wölfen. Und Wehrwölfen. Nein, okay, vielleicht keine Wehrwölfe. Aber da draußen konnte viel anderes Viehzeug rumlungern. Das konnte man mitten in der Wildnis nie wissen. Naja, klar, zugegeben, sie konnte immer noch die Lichter der Stadt sehen, wenn sie den Hals reckte. Sie war nicht gerade in Alaska oder so gestrandet. Aber trotzdem. Sie war froh, dass sie die Kugel hatte. Eine uneinnehmbare Festung. Ihre kleine Höhle zwischen den Bäumen. Sie war in Sicherheit. Hatte es warm und... Hunger. Vielleicht war Alaska gar keine so dumme Idee. Dort konnte sie leben wie die Leute in alten Zeiten. Fischen und auf die Jagd gehen und die anderen die anderen sein lassen. Doch, zugegeben, in alten Zeiten passierte viel Übles in jeder Hinsicht. Aber niemand wurde zum Schwimmen oder in ein Engelskostüm mit Flügeln gezwungen. Das war das Problem mit der Welt von heute. Die Leute zwangen sich gegenseitig zu idiotischen Sachen, die nichts mit Überleben zu tun hatten. Kine war wie dafür geschaffen, in Ruhe gelassen zu werden. Wie geschaffen für Alaska. Was sollte sie sonst machen? Nach Hause konnte sie ja nicht mehr. Da gab es nur noch eine zertrümmerte Wand im vierten Stock, einen Papa im Mantel der Enttäuschung, eine hysterische Möwenmama und... Feuerwehrmänner. Noch einen Vorteil hatten die alten Zeiten. Keine Feuerwehrmänner. So viel sie gehört hatte jedenfalls. Keine holte ihr Handy heraus, obwohl ihr dabei ganz schlecht wurde. Sie wusste ja, was sie erwartete. Und so war es auch. Massenhaft Nachrichten über alles, was so wahnsinnig schiefgelaufen war. Sie scrollte alle durch. Die meisten waren von Mama und Papa. Alles war dabei. Von zornigen Warte du nur! Nachrichten bis hin zu Flehenderen Wir sind nicht wütend. Keine schnaubte. Nicht wütend? Sicher. Im Schein des Displays sah das Gesicht der Stoffpuppe noch hässlicher aus. Es kam ihr vor, als ob Strahlen aus der Wirklichkeit aus dem Handy drangen und die Kugel, ihre Bubble, verpesteten, die Freiheit zerstörten. Keine scrollte weiter und fand mehrere Nachrichten von Aurora. Keine, was ist los? Wo bist du? Stimmt es, dass du das Haus abgerissen hast und in einer Kugel wohnst? Ruf mich an. Keine, ich bin unterwegs. Shit. Mama hatte gepetzt. Sich mit ihren Freundinnen verbündet. Das war ein Problem. Dann konnte sie auch nicht zu Vivi oder Aurora. Noch eine Nachricht. Vivi sagt, du musst uns anrufen. Ich habe ihr das Handy weggenommen. Sie hat beim Jugendamt nachgelesen, was mit Kindern passiert, die von zu Hause weglaufen. Du weißt ja, wie sie ist. Ruf an, Keine. Keine schlotterte. Alles schien plötzlich Wirklichkeit geworden zu sein. Wie aufwachen und merken, dass es doch kein Albtraum war. Es war echt und das lag eher schwer wie ein Stein im Bauch. Schlechtes Gewissen vielleicht? Schwachsinn. Warum sollte sie ein schlechtes Gewissen haben? Man hatte sie doch gezwungen abzuhauen. Der Stein im Bauch war bestimmt Hunger. Nahrungsmangel. Sie entdeckte eine neuere Nachricht von Vivi, die offenbar ihr Handy zurückbekommen hatte. In was für einer Kugel bist du? Sei vorsichtig. Das kann Täuschung sein. Fass sie nicht an. Schick Bilder. Bilder? Hallo? Sie konnte doch keine Bilder schicken. Sie war auf der Flucht. Heimatlos. Für immer rausgeflogen. Vivi und Aurora würden das nie verstehen. Sie konnte nicht zu ihnen und nicht nach Hause. Also, was sollte sie machen? Das war eine gruselige Frage. Ekelig. Wäre diese Frage ein Tier, wäre sie eine fleischfressende Raupe.